Willkommen zurück zu einem neuen Part, bei Dos Gate, in den fünsteren Landen. Schauen wir mal, was uns hier heute so überrascht. Auf dem Weg zum Haus dahin, wie es ausschaut. Das klingt zumindest vielversprechend. Ah, ein Friedhof, das kann ja nur schief gehen. Ein Friedhof, Juhu. Das ist etwas nicht. Ok, da passiert was. Das ist doch bestimmt eine Falle. Und was ist los? Ach du Scheiße. Das ist doch klar, dass das eine Falle ist. Doch, keine Falle. Ja, Korgen hat ihn almost getötet. Entschuldigung. Es knackt den Wind von mir aus. Gesteilten. Mit dem Funk geschützt. Ge-ge-ge... Nicht geschützt, noch mal gefresselt. Das Druid-Idele? Es hat mich verändert. Ich kann jetzt alle verschiedene Dinge tun. Nicht nur die Vinen. Ich denke wirklich hart und sage einige leute Worte. Und dann passiert es. Zweitens. Normalerweise sind Geschichten von Stolenartefakten Tragödien. Schön, dass das bei dir nicht so ist. Oh. Oh. Ich bin deine Eltern schon. Du kannst dich auf mich verlassen. Denk darüber nach. Ich habe mit den Götesten allein Erfolg zu tun. Und wie viel Geld bekomme ich dafür? Oh Gott. Du bist klein. Du kannst dich selbst aufpassen, wie es aussieht. Oh. 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 Jetzt haben wir sie als Team erwähnt. Okay. Okay. Es gibt einen Gästehaus damals zum letzten Nicht-Elf-Viererstod. Du bist nur in Sicherheit. Für diese Kinder kommen nicht in mein Lager. Du kannst nur in mein Lager bleiben. Dann gehen wir zum Gästehaus. Aber als Team nehmen wir die auf Canva mit. Vergiss es. Oh, danke. Du bist der Beste. Also, du sendest Mom und Pops da. Ich werde warten, Hero-Person. Äh, ja. Töte sie so lange sie noch befestigt sind. Oh, okay. Sie sind stark. Ein Angriff. Ich habe die Bewegungsrate. Ich habe die Bewegungsrate. Und was ist ein Giffen? Oh, gut. Und was gibt es Schattenherz? Und was gibt es Schattenherz? Und was gibt es Schattenherz? Und was gibt es nicht von euch? Geht es euch nicht gut? Liegt es an der Narbe? Aus welchem Grund? Vielleicht ein andern Mal? Es ist schwierig zu Worten. Ich denke, es könnte es einfacher sein, dir nur zu zeigen. Ähm. Wo ist der Tadpole? Die Verbindung? Komm in meine Meinung. Ich weiß nicht, wo das soll. Ich bin sicher. Ich vertraue dir. Ich glaube nicht, dass wir die Narbe benutzen sollten. Wie kam ich zu sein, wer ich bin. Wie... Ich habe meinen Weg gefunden, zu Frau Shah's Embrace. Muss das hier auf dem Friedhof sein? Können wir nicht erstmal noch ein bisschen... Na gut. Ich... Ich... Ich erinnere mich nicht, wie es angefangen hat. Nur wie es endete. Ich fliege. Ich sehe mal ein bisschen Hintergrundgeschichten zu Schattenherz. Reichlich spät wahrscheinlich. Das hätte man schon früher haben können. Wenn man sich mehr mit ihr befreundet hätte. Ich gerneen. Ich komme nicht weg. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich heilige mich. Ich bin nicht von mir. Alles, was ich weiß, ist, dass sie mein Leben geholfen hat und mir ein neues Haus geholfen hat. Mit Lady Shah. Sie rettet oder verdammt. Das ist alles, was ich erinnere. Du erinnert, dass es common zwischen Salunas-Folleern ist, ihre Kinder in den Wald selbst zu senden. Ein Rettung des Passages, um ihren Weg nach Hause zu finden. Vielleicht ist dieser eine gekommen. Kein Wunder, dass ihr Schar so ergeben seid. Ihr habt das Gefühl, ihr schuldet euer Leben. Ihr habt ausgelegt, dass würdet ihr einen Mondstein tragen. Tragen das nicht normalerweise Saluniten. Danke, dass ihr mir davon erzählt habt. Das war sicherlich leicht. Mondstein. Wenn ihr hier die Menschen schuldet, sie ver flipen siep. Das war sicher. Sie sehen am Morgen. Ich glaube ich direkt. Was sie sehen am Morgen. Und sie sehen am Morgen. Ich weiß nicht, dass sie sie nicht schuldigen. Und sie schuldet. Sie sehen am Morgen. Sie sehen am Morgen. Sie sehen am Morgen. Sie sehen am Morgen. Sie hat mich gemacht, wie ich bin, zumindest so gut, wie ich mich erinnern kann. Sie hat mich taught, trainiert mich, verpflichtet mich, wenn ich ihr failte, was oft war. Sie klingt eher, das klingt nach Missbrauch, aber ich werde es dir machen, was sie zu peinend. Abwech? Nasein. Die Mutter Superior hat mich stark gemacht. Für die dunkle Frau. Schmerz ist das Schmerz, das alle, die Frau Shah lieben, müssen sie zu erinnern. Nur ihre Erinnerung kann mich wirklich heilen. Ich versuche, mich zu erinnern, würde nichts tun, aber mich schämen in den Nachtsinger's Augen. Religion, ihr sollt nicht leiden, das noch mal um da umzuleben. Bezeugen, was wenn eure Wunden euch im falschen Moment quälen. Das könnte uns einiges kosten. Hm. Kennt von Bane wird sich überzeugen. Was? Wie? Was wird denn das Schlechtere genommen? Stab überladen. Und vielleicht einen Tag, werde ich nicht zufassen. Aber ich glaube nicht, dass der Tag noch gekommen ist. Frau Shah wird meine Schmerzen, wenn sie auch wünscht. Aber das heißt, dass ich mich gegenüber gucke. Und jetzt zu diesem Punkt dort. Zum Haus des Schutzes oder wie das. Dann müssen wir erstmal durch dieses Haus, oder wo müssen wir lang? Dann kommen sie mal näher. Das ist ein roter Baum. Eine Eichentüte verschlossen ist. Da kommen sie vielleicht irgendwo rein. Hier sind die Mauern. Jetzt sind wir hier richtig. Hallo. Krittischer Volk. Die Tür fliegt aus den Angeln. Okay, ich weiß nicht, wo die in Sicherheit sind. Oder ob wir in das nächste Unheil geraten. Schwester Vanessa. Madus schon. Es sieht nach einer Bosskampf aus. Ob hier eine lange Rast in Ordnung ist? Ich speichere auf jeden Fall mal. Ich denke, das wird ein Fehler sein. Hier rein zu gehen. Verstörte Parazin. Hallöchen. Schade. Die Schade. Die sehnen jetzt nicht gerade frönlich aus. Schade. 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 Ach. Ach. Schade. um um for it slaps where it should stroke we can hardly hear the patient's size of solace Vielleicht ist es unsere unerwartete Publikum, die dich schlafen macht. Komm, stehe vor. Du bist keine Freundin, aber das ist nichts. Jeder Student ist willkommen. Eine Kürze? Nein, eine Kürze, die führt zu den wirklichen Pinnacle des Menschen. Absinthe. Absinthe. Keine andere Worte empfiegt das Herz von Schar so sehr perfekt. Es ist die Schalpel-Led-Journey, die führt von Pain zu Pizzone. Was ist das, Eslund? Der Schattenherz, was zu sagen. Schade, dass wir wieder dabei haben. Was ist das Licht der Augen, aber das Kanzler, das einen die Laceration der Schattenherz zu vermitteln? Wenn Licht das Symptom ist, dann ist die Schmerz der Kürze. Denn in Licht gibt es Präsenz. Aber wenn es in Licht gibt es Präsenz, dann ist Absinz. In Licht gibt es Präsenz. In Schmerz, Absinz. Aber du, schau, wie der Schmerz der Schar dich erledigt. Schau, wie schmerzhaft präsenz du bist. Ich bin auf einmal nicht so ein Fan von Schar. Interessant, dass das Schattenherzen dieser Zwischensequenz gar nicht angezeigt wird. Es ist nicht vorgesehen, dass sie hier ist. Nachforschung, die Schwestern und ihre Instrumente ansehen. In der Region überlegen, was du überschachst. Niemand weiß, was du überschachst. Sondern die Schwestern sind noch nicht bereit. Machen mich bekannt. Schlepp mich zuweilen. Du wirst mich verarschen, oder? Hier scheitert. Ich weiß alles. Gehe weiter und schau, aber es nicht verabschiedet. Denn nur die Willen wissen, dass die Mädchen in Brace wissen. Was zum Hinkler geht hier vor sich? Oh Gott! Fast. Fast das Ding nicht. Alle Rundlinge sind drei. Ja. Ja. Das Objekt ist unreinigt. Schars Beistand darf nur den Blicken gewählt werden. Ihre Klingen sind unheben. Für gute Operationen ist mehr Training geforderlich. Zeugen Schwestern noch nicht bereit. Machen mich krank, statt mich zu heilen. Der nächste Ruf. Ach du heilige Scheiße. Wir müssen heute oft ein zweites Mal Würfen. Wie sie ihre Hände steigern? Ich frage mich. Gerade überzeugen. Es schenkt mir Freude mit einem Meister meiner Kunst zu arbeiten. Mit den Schwestern geht es gewiss eben so. Vermeldet ihr euch nicht freiwillig. Über sie nicht gegenseitig an sich um mich auszubessern. Diese Würfel hier. Aber wir haben ein paar Vorteile. Schon geschafft. Ich sehe jetzt. Zum Beispiel muss ich edifieren und die Lichter, die uns schlägt. Oh, du scheiße. Du schlägst dich. Du schlägst dich. Selbst. Fantastisch. Müssen wir nicht gegen kämpfen. Ach du Scheiße. Wie soll ich das nur auf YouTube hochladen? Ich hatte mal bei Witcher schon andere Sachen, aber oh Gott. Heilige Scheiße, was war heute? Was war hier los? So, das Haus der Heilung. Einmal plündern, bitte. Entschlüsseln. Ramponierte Laute, ich weiß nicht, ob ich die haben will. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr sprechen will. Ja, dann mal Haus der Heilung. Ja, sehr schön. Ich dachte, ich hätte hier ein Safe Space oder so. So, das war hier. Das wäre sicher, wir haben das so. Fantastisch. Wir sollten schnell raus hier. Äh, nö. Mit dir werden wir nicht reden. So schnell gehen wir nicht raus hier. Okay, wo sind wir hierhin geraten? Okay, wir müssen eh nach Süden. Jetzt drehen die Türme des Mondaufgangs. Oh Gott. Jetzt wird es ernst. Und wir sollten hier mal eine lange Rast machen. Ich hoffe, das war dann nicht während der langen Rast eingesperrt und unsere Augen rausgerissen werden. Aber bevor wir jetzt hier weitergehen, Richtung Mondaufgang, Turm. Uff. Ich mach's dann nochmal. Einmal speichern hier. Ich habe zu viele Sees dort. Ich hoffe, dass uns nichts passiert. Und doch können wir einen Schritt zurück gehen. Das war heftig. Riesigerte Kinder. Was hälst du zu dem, was da eben noch passiert ist? Grüß. Wir haben immer die Möglichkeit, mit ihr nochmal zu romanzen. Ich habe so ein bisschen Ideen für andere. Das ist ja auch eine Idee. Da sind wir vielleicht erst mal zurück. Wenn wir hier einen Safe Point. Da können wir schnell reisen. Das ist ein Schnellreisepunkt. Ja, die Dunkelheit. Das haben wir ja gesehen. Das ist irgendwann kurz. Wir hängen auf Anhänger von Schar. Das ist ihr Glaube. Und kurz. Joa. Gehen wir mal starten. Ich hoffe, dass wir währenddessen nicht gefuttert werden. Äh, gefoltert. Fast. 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 Das war's für heute. Ob sie uns eingefangen haben und auf dem Tisch gespannt haben So Da steht jemand Ich habe einen verfluchten Hafen Aber kurz Da kommen wir wieder in so eine Situation rein Und hier lädt noch etwas nach Und bevor wir da stehen die Wand auf loslaufen So also das Haus der Heilung So hier haben wir eine Hier ein Rave Hier haben wir einen Schnellreisepunkt Das heißt wir können da auch mal wieder zurück Deswegen müssen wir jetzt mal zum Gasreis zurück Einmal schnell reisen Vielleicht tun wir mal mit dem Eisen jetzt was anfangen Wo war denn der Schmied Hier war er Ich habe das Infernadische Eisen das ihr erwähnt habt Könntet ihr euch gerade auch das Herz einmal ansehen Und das ist der Junkwild in Und das ist der Junkwild in Und das ist der Junkwild in Und ich denke Und ich denke Da Du musst ihn installieren Ich glaube Ich glaube nicht Ich denke Ich denke Ich denke ich denke ich denke Es gibt Die 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 Ich habe jetzt keine Lösung, aber ich werde nicht aufgeben. Es könnte sein, wenn die Kombustion-Chamber hat seine eigene Insolation, oder wenn wir einen bestimmten Enchanten-Koolant hatten. Lass mich schlafen. Ich werde nur noch etwas tun können. Hopefully, in der Zeit, dass ich Sie sehen, habe ich etwas von dem Moment. Ich brauche mehr Infernal Iron, also muss ich die Augen öffnen. Geh dir. Das ist ja fantastisch. Jetzt müssen wir die noch machen. Ich bin auf, wo du es geschafft hast. Ich bin auf, wo du es geschafft hast. Ich bin auf, wo du es geschafft hast. Ich erinnere dich aus der Gräufe der Druid. Ich hoffe, dich wieder zu sehen. Und jetzt habe ich es. Auf der Doppel. Einen Hauf folgt schnell den anderen. Interessant. Und der andere. Hm, es ist toastig hier. wir sehen uns im Auffang. Wissen Sie jetzt am Auffang... ...wir sind noch nicht clientischer. Ich bin auf, wo du es geschw Freddie... nicht für dich weiß. Ach bitte, jetzt bin ich neugierig. Nice. Ach komm schon Ah, was gekauft Äh, was? What? 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 Okay Als ob wir nicht für heute schon genug scheiße Ein paar Zeiten Und das Ochsen Gedanken sind fräßig ein Besen Wer bist du wirklich? Ja, danke, was in der Hölle war das? Wie kommt in den Ochsen so schreiche Gedanken? Du weißt immer, du bist, zeig dich gefängst du vor uns Das drogen muss sein, dann werden das bei mir sicher Das ist auf dir Ich weiß nicht, ob ich, ob das Ich bin auch gespannt, ich bin auch Am Ende ist ein großer Dämon, der dann Oh Gott, nein Ja, wir wollen uns mal nicht mit Wir wollen uns nicht mal Wir wollen nicht das Schicksal herausfordern Freut mich, freut mich Dann finden wir mal was böses, was ihr vermöden könnt Und finden noch mehr Ein Phanadisches Eisen Und ihr bekommt Auch die zweite Aufrüstung Berühren kann ich euch aber weiterhin nicht Das ist das, was ich höre zu hören Na dann Schnellreise zurück Ah, hier haben wir auch schnell nichts aufgedeckt Okay, das Zollhaus haben wir noch nicht durchsucht Es liegt aber leider in der Richtung Wo wir hin müssen Wir sind aufgeladen Mit für den möglichen Kampf Fingern Chancen aufrück Die Tod erhält sich ihre Aussicht Worauf warten wir denn noch Ähm Und jetzt der Gear Wir sollten in ihm stehen Vielleicht hier mal speichern Okay, das Zollhaus haben wir schon durchsucht Ich fühle mich Ich fühle mich, dass es nach Westen Wenn wir es mal nach Westen versuchen Bevor wir nach Süden gehen Sicherer Mond Brennerei Ach, das war damit gemeint Ich fühle mich hier Ich fühle mich hier noch nicht so ganz sicher Das ist hier mir alles ein bisschen zu Eike Überraschung Ich fühle mich wieder hin Füle Worte Spricht jemand Selber Worte Weißen Töpfer hier, Plankräumen. Ach du heilige Scheiße. Diese beiden Zorn. 201, schnell raus hier. In denen will ich nicht unbedingt kämpfen. Obwohl ich da was verpasse, ja schön, aber... Ich muss hier jeden Kampf mitmachen. Ich könnte da selber was erleben. Ich sehe nicht die letzte... Ich sehe auch... Die Diskussion hatte ich auf dem... Auf einem meiner Diskussions, auf den ich drauf bin schon. Ich sehe die Aufgabe des Let's Plays nicht drinnen. Alles unbedingt zu zeigen, was in Let's Plays zu zeigen ist. Wir sind nahe. Ich kann es fühlen. Das Absolut. Seine Macht ist hier stark. Gut, wie es den Müll verbreitet. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Das... wenig aus dem Feld und von drinnen, das könnte ich ebenso fragen, warum hat jemand von unserem Rangfachdienst, das müssen eure Vorgesetzten sein, ich habe einen Dallgraf von Hafnerrand infektiert, dass voneinander sieben geklebt und beschützt wurde, gute Neuigkeiten, ich bin hier, um ihr Kopf zu holen Impressiv Du findest Zarell in der Audienz-Chamber, true soul, sie will be wanting to hear from you, that's what I call an invitation Let's find Zarell and get this caravan moving Praise the absolute Wir tun so, als wären wir die Bösen und schleichen uns hier rein Okay, ihr packt es richtig Ich glaube wir müssen uns nicht rauskämpfen Ich fürchte aber schon Was Wenn wir Geroen und Busskamp drin haben, dann ist es wieder Irgendwann kommt ein Lager hier heraus Die Tür auf dem Das soll schon schief gehen Das Spiel geht noch Ja Keuf weg von und gespürt Wir haben das, was wir gesagt haben, General! Wir folgen alle anderen... Die Fakten suggerieren anders. Du warst um das Artifakt zu retten. Du hast es geschafft zu tun. Schön, dass du es gemacht hast. Nein, nein, es war mein Fahrer. Sie hat das älterste. Sie... genug! Wow! Mein PC ist für mich im Spiel gerade überfordert. Deine Tadpils schwirren, um dich zu übernehmen. Du hast es geschafft, zu retten, das Artifakt zu retten. Du hast es geschafft, zu retten, deine echte Leid. Du wirst nicht leben. ですか Sie fühlen nicht. Sie sind treuer Angelegenheit der Absoluten. Sie scheint zu sehen und hört, hört an, um zu greifen. Ah, ich weiß nicht. Es ist nur die Soldaten, ihr solltet sie befreien. Ich habe gesehen, welche Gräufe sie im Namen der Absoluten begangen haben. Fühlt sich einfach, sie sind wertlos. Ich halb hoch und den General greifen. Haha, nein. Vielen Dank. Ich bin froh, jemand hat gesehen. Ich bin sicher, dass sie sehr enthusten sind. Aber Zeal, ohne Efficacität, ist für Kinder, nicht Servanten. Wir sind zu nahe mit dem Ende. Und dem neuen Beginn. Wir können keine Fehler mehr machen. Kill sie schnell. Was? Nein! Das ist ein interessanter Part heute. Ein sehr interessanter. Ein sehr, sehr interessanter. Best auf den Kopf ziehen sollen. Du hättest auf den Kopf ziehen sollen. Das ist das Problem. Wir müssen uns auswählen. Wir müssen uns auswählen. Das kann man auch nicht auswählen. Aufwählen. Natürlich nicht, mein Herr. Danke dir. Du hast den General gehört. Die Goblins sind dir. Geh mit ihnen, wie auch immer du möchtest. Was genau soll ich mit ihnen machen? Ich danke, das würde mir ein Vergnügen bereiten. Ich hab mit ihnen. Sie sind dir. Du kannst sie verlassen, sie töten oder sie für alle, was ich will. Nur mit ihnen. Hier, in der Sitz der absoluten Macht. Deine Autorität über ihnen ist komplett. Sie werden alle Regeln übernehmen. Rapport mir nach oben, wenn du fertig bist. Bitte, du musst mir helfen. Für alte Zeit. Ich bin nicht so ein Fan von Goblins. Lasst eure Gedäume auf den Boden fallen, ich will euch bluten sehen. Kein Wurt mehr, nein, keine Naht, Entzug mehr von euch. Ich gebe euch eine faire Chance. Kämpft gegen mich, entweder ihr sterbt und ihr tötet mich und seid frei. Wachen lasst dich frei. Hm. Hm. Zwei Klinkumpens. Durchstand können die sein. Ich meine, das sind wahre Seelen. Das wird der Bosskampf des Todes. Ähm. 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 Jetzt frei lassen. Ähm. 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 Das ist fertig. Vielleicht gehen wir dann und sagen Hallo zu Zorrel. Das Seat der absoluten Macht. Begebracht von einem General, der nicht getötet wird. Aber seine Follower sind Fleisch und Blut. Die Tieflinge finden heraus, wo in den Türen und das Mund auf dem Tieflinge best gelten werden. Es wird hier nur Bonnaden. Kann das noch liegen. Und mich selbst. Okay, wir reden mal nicht mehr mit den Leuten hier. Okay, wir reden mal nicht mehr mit den Leuten hier. Okay, doch mit dem müssen wir reden. Aber wo ist sie die Treppe hoch? Ich sehe sie nicht. Jetzt geht es dort lang. Hier sind sie nicht. Vielleicht ist sie dort. Ja, wo ist sie denn? Ach du Scheiße. Ich will eine Worte haben. Ich glaube ich bin der Typ. Hier. Wer bist du? Ich glaube du bist der Typ. Nein, Mig, keine Plötigkeit. Ah, ja. Okay, wir schauen uns hier mal um, vielleicht finden wir hier irgendwo Spuren von Tieflingen. Oh, eine Kerze. Versteilt, glaube ich. Oh, genau. Entschuldigung, hier ist Stahlklauer. Schließzeug, man nennt sie Narfen, ermordet Stigen, den ihr findet. Parasiten sind gefährlich, hätten Abstand. Es ist ein Name, ich gewinne durch Blut, Blut und Death. Unfortunately, die größer Ignorant hier nicht benutzen sie. Fluffers, sie nennen mich. Idiots. Ja. 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 Ich will die Katze jetzt nicht töten. Ich bin ja nicht krank. Okay, weiter haben wir uns hier komplett umgeguckt. Wo finden wir denn jetzt die Jüngeren? Da werden wir wieder. Okay, wo finde ich die? Nein! Wir müssen uns nicht entsetzen. Ich bin nicht ganz müde. Wir müssen uns nicht entspannen. Wir müssen uns nicht entspannen. Ich hoffe wirklich wir müssen uns ziemlich die Wege wieder rauskennen. Mal schauen wie weit wir gekommen. Hauptstockwerk. Okay schauen wir mal. Bitte die Tieflinge. Ich glaube ich habe schon nur befürchtet, dass ich mich da durchklimpfen muss. Wir haben das jetzt gehört. Mal schauen ob das was wird. General Thorne's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Even you, Disciples realm? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. The Goblins, tell me how they suffered. Nein. Besser noch. Show me. Seine Mind erinnert deine schnellstmögliche. Sie fliegt über deine Erinnerungen in eine Blase der Erinnerung. Ein Pool der Wärmung wird durch deine Mind. Als sie auf der Erinnerung von dir die Goblins zu sterben. Oh ich mag dich. Das war inventiv und effizient. Deswegen habe ich es gemacht. Jetzt gibt es uns Bundespunkte. Und unterhaltsam kann ich noch mehr. Wer keinen bestrafen. Das hätte auch ein Kind geschafft. Das hätte auch schon und ich bin nicht hier um andere Fehler wieder gut zu machen. Plenty. Aber ich hoffe, dass jemand von deinen Talenten eher ambitierter wäre. Du kamst hier, um zu antworten der Absolutes' Call. Let's see what you're made of. Sie zerstört die Fonds of your mind again. Touching your wants and hopes. Tasting them. Every emotion soaks into her mind's palette. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. Oh oh. Überzeugen sie mit Gedanken an deine Sehnsucht nach Gehe ablenken. Gedanken nach einer romantischen Sehnsüchte ablenken. Dich verstellen und mit deinem Geist nach Liebe für die Absolut zu erfüllen. Sie mit dem Machthunger ablenken. Weißer sie mit einer Welle des Hasses zu bewältigen. Wenn du dich an die Gift bereit machst, auch was nein. Ich versuche mal das hier. Das passt für den Baden am besten. Ausgerechnet hier nehmen wir die Gefühlung. Oh Gott, du wirst mich verarschen. Eine Eins. Juhu. Ich sehe, dass du in der Vergangenheit wurde. Nehm dich nicht. Die Absoluten liebt dich. Und das ist alles, was wirklich wichtig ist. Wird die Absolut selbst noch täuschen können? Äh, ich weiß nicht. Zeig mir die Macht, die sie euch gab. Schön für euch, wie kriege ich, was ich will. Und das, was wir... Alles wollt ihr... Was wollt ihr denn genau? Ich kann nicht mehr lesen. Okay. Ich gebe, um zu dienen. Was soll ich tun? Und wirklich, was für ein Zufall. Ich habe einen... Habe ich einen Preis? Und was... Sollte ich generell vor ihm dienen? Und warum sollte ich... Ich kann nicht mehr lesen. Stimmt ist das generell Form und verwundbar ist? Es gibt ein Relic, das General Thorne braucht. Er hat seinen größten Begeister, disciple Balthasar, um ihn zu entfernen. Der Relic ist hinter der Thorne Familie Mausoleum. Das ist, was du findest Balthasar. Aber wir haben verloren Kontakt mit ihm. Geh da. Hilf Balthasar, wenn du kannst. Und bringe die Relic zurück. Verstanden? Ich bin bereits im Aufbruch. Was ist... Wenn Balthasar tot ist? Was ist das denn für ein Relikt, das er suchen soll? Kontakt verloren. Was meint ihr damit? Und ich erzeugte ihn. Es wurde kurz, nachdem er den Moonrise verlassen hat. Kein Überraschung. Wir sind hier beschädigt. Aber außerhalb, die Schäden sind wunderschön. Die Todes werden nicht verlassen. Balthasar für lange. Aber tot oder lebend ist er verloren. Alles, was er von ihm geworden ist, ist die Relic, die wichtig ist. Was ist denn das für ein Relikt? Was ist denn das für ein Relikt? Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn das für ein Relikt? Oh, oh. es hat trotzdem nie geklappt wow das relikt ist wichtig für den kefiksplaner ihr solltet mich besser unterstützen jetzt arbeiten wir für die bösen die letzte Person, die in seinen Geheimen verloren hat ich glaube, er benutzt es als eine Schammerpott mhm, weiter das Zimmer können wir hier noch reingucken das ist verboten ach du scheiße ich will mich nicht raus kämpfen müssen ich meine, gerade ist keiner da für sie es lief doch bisher ganz gut da sind die Parolze drin verdammt ach verdammt ach verdammt ich würde gerne den Lock in deiner eigenen Zelle versuchen einige Regierungen würden deine Dankheit aber nicht dieser 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 preffert äh äh sollten wir uns mal nicht mit den Waffen anlegen wir spielen wir spielen das böse Spiel weiter wir haben eine Quest zu tun also die tiefringe von der aus wo die tiefringe sind die 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 den kommen da ist das die die der hat vor allem Okay, wir müssen also Balthasar finden. Eine verschlossene Tür, die sie nicht aufbrechen. Okay, suchen wir mal nach Balthasar. Würde ich sagen. Dann infiltriert haben wir ja jetzt erfolgreich. Jetzt haben wir noch nicht wirklich eine Ahnung, wo die hier sind. Aber wenn sie irgendwo sind, dann hinter den Türen, die wir noch nicht rein dürfen. Was haben wir jetzt hier? Eine Catholic Troms Relikt. So, das zum Mausoleum. Weg Art Kunach. Zeige Art, die Leute. Ah, die Leute, die wir jetzt aus dem Ding gerollt haben. Okay, da haben wir ja einen Plan für das nächste Mal. Ich habe versucht, einen Githyanki-Krash zu erreichen und zu retten von diesen Tadpoelen zu erreichen. Jetzt haben wir verletzten Lande, die von der Dunkelheit verletzt haben. Ich werde meine Leute finden. Wenn ihr irgendwelche Sinn habt, dann werdet ihr euch folgen. Wenn ich vernünftig wäre, würde ich euch die Kehle aufschnüssen, dafür, dass ihr euch mir sehr widersetzt. Ihr bleibt bei mir. Vergiss die Krippe, wir haben die feste und der absoluten Reichtod sind unsere Antworten. Ich komme mit, verstanden habe ich auf jeden Fall. Geht, wenn ihr wirklich müsst, aber ich werde euch nicht folgen. Aha. Wir haben es jetzt hier gemacht. Ich will jetzt nicht Deltze verlieren. Verdammt, Joel. Du kannst dich richtig sein. Ich kann mich falsch sein. Ich hasse, dass es so ist. Man bleibt jetzt noch bei uns. Wir hätten auch die Möglichkeit, jetzt nochmal einen Weg zu gehen. Aber ich wollte jetzt nicht gehen. Ich weiß, da gibt es noch einen Weg über die Berge, wo wir zur Krippe gehen könnten. Aber nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Und die Zeit wird jetzt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Zeit, wo das neue Daten, Spieße verloren. Aber wir werden jetzt hier als nächstes Mal hier reingehen. Und dann schauen wir mal, ob wir den Typen retten können. Und wie es dann weitergeht. Das war in dieser Folge sehr, sehr spannend. Und das war, das haben wir ja, ist, dieses Folter, diese Folter-Show, müssen wir uns anschauen, bei der Insel-Grooft. Und dann in den Turm hinein, das war es, wow. Aber es ist einiges passiert in dieser Folge. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wird spannend. Wird immer spannender bei bei der Skate. Und bis dahin. Schauen. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020